H-PA-1-1 Hört man mich? H-Wär gern ein Experte des Lachens. H-Wär gern ein Experte des Lachens. H-Wär gern ein Experte des Lachens. Ruhig jetzt die schöne Ophelia. Ich würde ihn fragen, wie er auf diese wahnsinnig verrückten vielen Todesfälle gekommen ist. Sein. Ich bin sehr gerne so eine dreiviertel Stunde, Stunde früher im Hobenraum, ganz alleine und setze mich hin und lasse so meine Gedanken schweifen im Raum und denke über das nach, was wir dann proben. Das ist so eine Ruhezeit mit dem Kaffee ganz allein auf der Ruhe. Ja, mein schwarzes Moleskinen und Sitzbuch. Ausschlafen, ganz lange frühstücken und nicht ins Theater gehen abends. Das ist relativ schwierig aus der Ruhe zu bekommen. Kopf. Zögern. Großstadtkind und jetzt werde ich wahrscheinlich wieder zum Schweizer Jungen. Ich glaube das ist das Café Blumenmarkt. Ohne Worte. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.